So, also Leute, wünscht mir Glück, beste Voraussetzung, ich bin auf jeden Fall nicht der Favorit. So, ja, ich hab drei Waffen. AR, Pam, und dann... So, okay, okay, okay. Are you ready? Ja, fertig, um zu sterben. Ja, ist mir gar nicht schlecht. Ja, guck, und schon runtergefallen, und schon bin ich runtergefallen, ja, das war's. Das war's schon wieder, da hab ich meine gute Phase schon wieder vorbei. Ha, gar nicht so schlecht gerade von mir. So, wo bist du? Das ist doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hab, guck mal. Ah, ich war vorher viel besser, ey, viel besser. Naja. Scheiße. Naja, ich hab zwei Monate nicht gespielt, ey. Was ist das mit verendetzt, Junge? Was hast du die denn hergeholt? Ähm, was ist das du? Das kann man aber auch nur mit dem scheiß PC machen, ey. Mit PS4, mit Kack PS4 geht das überhaupt nicht. Naja, auch so mit L3. Oh! Schöner Headshot. Oh Gott. Alter, das schafft man nur mit dem PC. Außer man es, ja, sehr, ja. So schlecht kann noch keiner hätte, ey. Ah! Ich mein, da sind ja eine PS4 halt, halt. Ja, gut gemacht, Lian. Ja, Mann. Oh, da ist er eng. Den hab ich. Ach, Mann, ey. Den hätte ich abrissen. Hilfe. Oh, ja. Geil gemacht. Ja. Das wird nur von mir wieder maximal los. Wie geht das denn? Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, ich hab 28 HP, Alter. Hä? Ich hab 104. Ja, moin. Muss das mal komplett los? Boah, das wäre ein schöner. Das wäre ein schöner. Oh, ich bin maximale Höhe, oh Gott. Oh mein Gott, ich auch. Ähm. Ja, komm, lass ein bisschen runter, komm, ich bin, ich bin, ach, okay, ich bin ganz unten. Ich auch. Okay, komm, es geht einfach weiter. Ja. Kann's auch gleich auf dich. Ja, gut, jetzt nicht ganz unten. Äh, jetzt will ich nicht sagen, wozu gerade die Geburt hast. Ja, okay, sehr gut. So, weiter geht's. Boah, scheiße, Alter. Jawoll. Jawoll, Leute. Jawoll, Alter. Jawoll, Alter. Jawoll, Mann. Boah. Alter, ich kann das mal finden, Alter. Ich bin komplett verkackt, Alter. Uh. Geiler Hit. Geiler Hit? Ja, stimmt. Boah, halt, der, der Ding ist nicht gesetzt. Nein! Oh mein Gott. Nein! Alter, ich hab... Ey, kommt gar nicht klar gerade. Was ist denn los da? He, 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 he. Weil ich mich gerade rein zu erzählen habe. Ja, ich aber auch, ey, weil ich hab... Pfff, Scheiß, ey. Wir müssen jetzt erstmal ein Handtuch holen, dann schütteln. Ich muss erst mal duschen gehen, ey. Nein! Ich bin grad irgendwie auch noch mal weg, Alter. Alter! Das ist nett, ey. Ja, Mann, danke dafür. Oh, Mann, das wär so ein guter Edit gewesen. Ah, jetzt ist er wieder weg. Ach, war ich nicht, älte viel zu langsam, Mann. Der war echt gut, der ist weg. Aber was ist jetzt so ein guter Edit gewesen? Ach, du Scheiß, das ist dein Wohl. Danke dafür. Ey, Mann. Wo ist er? Wohl, warte! Ach, Scheiß, ich bin das. Ich hab 79 Leben. Uah! Boah, ich bin... Alter! Ich hatte auch nicht mehr viel AP. Pfff, 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 pfff... Drei, zwei, drei, drei, drei... So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, eigentlich. Guck mal, ich... Ich hätte mich schlechter erwartet. Ah, meine... Ach, Digga! Ja, wo ist er? Ich sehe nicht. Ey, er ist immer drinnen! Wir kommen immer von mir rein! Wir kommen immer von mir rein! Wir kommen immer von mir rein! Wie ist das schön zum dritten Mal? Er ist zum zweiten Mal von mir reingekommen, Alter. 3, 2, 1, go. Ich bin so lost, Alter. Cool. Alter, Junge! Alter, du bist immer bei mir drin! Immer! Ich kann dir auf meine MP wechseln! Alter, ich fahr' wieder bei dir drin! Jugo, wie kommst du aber bei dir rein, ey? Die ist immer bei mir rein! Immer! Zu schlecht, ey! Ja, lass, dass du... 2, 2, 1, go. Und ich bin auf dem Controller einfach doppelt so lost. Und ich bin auf dem Controller einfach doppelt so lost. Ich schwöre. Ja... Kontrolle ist halt... Jetzt haben die wieder hier Dings geändert. Ich meine, ich hätte das eh aus, aber ein bisschen hatte man ja immer. Diese... Wie heißt das hier? Warum machst du keinen Metro-Klan? Ich kann doch Sixlayer, ne? Ja. Echt? Ja. Ah, witzig. Oh, das ist echt voll einfach, Alter. Du brauchst nur die richtigen Keyweins, sonst sind schon halt Ninja. Key was? Ja, kenn ich nicht. Fassenbelegung. Ja, das ist schon eher was. Dass du zum Beispiel auf F editieren hast, oder so. Das kann man immer variieren, oder? Das kann man wechseln, wie man will, ne? Ja, du kannst es theoretisch laufen, ist ja eigentlich Standard immer W. Und ich kenne auch keinen, der das verstellt, aber du kannst es theoretisch auf Z verstellt. Dann kann man bei Controller ja auch, aber... Weiß er nicht. Ey, P, 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 das ist halt viel mehr Möglichkeiten, ja. Was? Ja, ja. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Du bist schon wieder mal hier drin? Das kann doch nicht nur sein. Welche Hex benutzt du? Wie geht es hier? Du benutzt du? Ach, kacke, Mann. Jetzt warst du bei mir drin. Das war ein Heady? Ja. 70 AP. Ach, Alter. Ich hab 200. Ich hab 200. Also das sollte ich eindeutig gewinnen. Ja. Alter, wie hoch? Bist du? Ah! Oh Gott! Auf einmal bin ich da. Oh! Scheiße. Nein, 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 nein. So kann ich so nicht bei mir rein. Ach, Junge. Ich bin gerade maximal los. Uah! Alter, hast du eh knall gehört? Alter, hast du eh knall gehört? Alter! Äh. Ich mach zu viel Druck hier. Ja, ja. Ach, du Scheiße. Genug ist man. Ich muss nur eine Popmusik machen. Das sollte ich doch gern gewinnen. So, go. Äh, Toni, wir können gerne mal eins gegen eins machen, ja. Wie du siehst, dann werde ich gewinnen. Ich bin so los. Ich hab heute nur noch auf Monsters dazu gespielt. Mit was, äh, das ist jetzt eigentlich wieder? Mit L3 oder mit L3? Ja, mit L3. Uah! 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 Da bin ich halt so schnell besser, aber auch. Ja, ne? Ich spiel' seit vier Wochen. Ja. Ihr meditieren bis zu tausend mal besser als auf controller. Ja, easy. Du musst halt nur ein paar Knöpfe drücken und äh, rauslassen halt, ne? Boah. Uah! Digga, du bist! ALTER! Ich war nie weg. Zwei Monate, wo waren die? ich bin echt so genau so wie ich bin ja ne, ist echt so 3, 2, so oh mein Gott, dann kannst du ja einmal auf Maus was nicht hinstehen ja, das stimmt ey Mr. Jam, ich kann gerade nicht, tut mir leid wie du siehst bin ich gerade an einem wichtigen 1 gegen 1 der Fall ist zwischen gut und böse, aber ich bin beide gut ja Hilfe oh mein Gott ich wollte gerade raus 3, 2, 1 stopp oh was Lazy ich glaube, ich würde mir auf das dazugehen hehehe 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 ah, witz, ich hab auch 40 AP ich hab 60 ah ha 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 oh mein Gott, du warst ich bei mir drin ja Mann ahhh ok, ich bin wieder auf Maus ok aber der Lettons nicht, der Bieber krank ja, ne dann lass dir gerne abo und like da ey, die pack mal du kannst hier coveredig also ein Netro-clam machen Nitro-Arme ja, ne könnt ich echt ja das ist mein großes problem natürlich brauchst du einfach unter meiner treppe ich will gar nicht so schlecht und es geht bei ihr also gar nicht so schlecht als ich gedacht hast du diesen elf überhaupt noch gespielt komplett doch bis sie doch 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 ein bisschen schon ja die kompletten anfang hier von season 2 oder 12 habe ich komplett verpasst als erstes gab es gar keine helix ne alles das sind ja eingekommen vor zwei wochen aber irgendwie wusste man schon dass hier nicht sein kommen weil beim trailer von der season band war schon wie also da flog er schon das bild wo die grenze gezeigt wird dann wozu man irgendwie fand ich zumindest das war das schon nicht das dann das irgendwann hier reinkommt alter hast du nicht gelasert ich bin schon wieder runtergefallen als ich kann ja nur werbung mit beiden werben ja oh mein gott du hast mir groß gegeben ich habe einen schaden bekommen ich habe ganz genau gesehen wie die hallo kann ich auch danke ich habe dreimal auf editieren gedrückt das macht er editiert nicht das ist meine größe er hat mein größtes problem ich bin runter Oh ne, doch nicht. Oh mein Gott. Ey. Ey, nicht runterfallen. Er hat mal recht in hier, man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab... Ich geb dir ein 31er Headshot und du mit ne 99er fit oder so. Ja, das ist ja meiner Meinung nach. Ich hab... 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 Oh ja, gegen... Ja doch. 21er. Ja. Der war heftig. 16er oder so. Shit. Alter, ich kann keine Fläche bauen. 26er. 26er. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich hab... 56er. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Ist immer so knapp, Alter. Ja, ne. Ist gut, ne? Ja. Ich hab... Oh Gott. Ich bin überhaupt in der Unternehmens. Oh, warum codest du mich immer? Oh mein Internet... Ich hab... Ich hab... Dieses... Äh... Alter. 65 HP. 68. Sieht gar nicht gut aus. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wir müssen alle in den Life-Chat schreiben. Nitro. Ja. Wann du? Das sieht grad gar nicht gut aus? Ja. Oh, alter. Den hat er mir aber reingedrückt. Haha. Haha. Ah, den hat er mir aber reingedrückt, ey. Haha. So, Leute. Ich würd mal sagen... Das war ein gelungenes 1 vs. 1. Ach ja, ihr seht, wie toll ich bauen kann. Zack, zack, zack. Also Freunde, das war ein gelungenes 1 vs. 1. Lasst dir gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und Creator Code Megameister13. Let's go. Jammer, Alter. Das war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Gar nicht so schlecht bin ich. Zwei Monate, er war nie weg.